Jo Leute, was geht? Willkommen zurück zu Elden Ring. Und ich komme gerade aus dem Community Run und habe von dem lieben Skoppel ein richtig geiles Bild zugeschickt bekommen. Und da dreht es sich ganz um dieses schicke Schwert, das Magma-Lindwurm-Schwert. Und bevor wir überhaupt irgendwas erzählen, zeige ich euch erstmal den Damage und wieso das Schwert eventuell ganz geil sein kann. Ich lasse den Damage mal für sich sprechen. Ohne Buffs. Ohne Buffs. Ohne Flamme gibt mir Kraft. Ohne irgendwas. Mit dem Feuer. 3,6. 3,8. 4,000. 4,000 Schaden. Und jetzt das Ganze nochmal mit Buffs. Jetzt passt auf, was da für Schaden rauskommt. Magma-Girrutine. 5,400 Schaden. Das schmeckt. Und Bob. Oh Mann. Ich erzähle euch gleich, wo ihr das Magma-Lindwurm-Schwert bekommen könnt. Und kleiner Spoiler, es ist ganz schön eklig und ganz schön schwierig zu bekommen. Vorher erstmal ein bisschen was zu dem Bild. Also das Magma-Lindwurm-Schwert braucht 24 Stärke, 15 Geschicklichkeit, 18 Glaube. Scaling, B auf Stärke, B auf Glaube, D auf Geschicklichkeit. Damit ich schön viel Schaden raushaue, kennt ihr das. Ich haue immer Goldener Schwur und Flamme gibt mir Kraft drauf. Dazu den vorherigen Skorpionstalisman. Scherbe von Alexander. Die braucht ihr immer, wenn ihr irgendwas mit Talenten macht. Und den Ritual Schwerttalisman, der nochmal den Schaden richtig hoch boostet. Und ihr seht es gerade. Jetzt ist er gerade weg. Ich hatte einen Schaden von 1200. Und das Schwert, das kriegt ihr hier Ruin-Überseeter Abgrund. Ich zeige es euch mal gerade auf der ganzen Karte. Auf dem Weg von Lyonia nach Altus Plateau gibt es links vom Aufzug eine Ruine, Ruin-Überseeter Abgrund. Und der Weg ist echt nicht einfach und ganz am Ende wartet noch ein Magma-Lindwurm. Also relativ schwierig zu bekommen. Ich laufe einmal zum Boss hin und zeige euch eben den Boss und dann sehen wir uns gleich wieder. Wenn ihr hier angekommen seid am verhüllten Klamm-Dorf, zeige ich euch das auf der Karte, das ist ganz hier außen, gibt es hier eine Leiter hoch. Hier müsst ihr dann den Weg komplett folgen. Ist im Prinzip nur ein Schlauch, ihr könnt euch nicht verlaufen. Und dann kommt ihr zum Magma-Lindwurm. Während ich hier den Weg zum Magma-Lindwurm laufe, noch eine kleine Anmerkung in eigener Sache. Heute war ja der Community-Run und wir sind noch gar nicht so weit gekommen, tatsächlich. Sechs Stunden durchgezogen, hat ultra Bock gemacht. Da geht auch nochmal ein sehr, sehr großer Dank an die komplette Community raus. Hat ultra Spaß gemacht. Ihr könnt gerne auch dabei sein, das wird jetzt jeden Sonntag stattfinden. Sonntag wird jetzt der Community-Tag, haben wir heute entschieden. Wenn ihr gerne dabei sein wollt, beim Run mitmachen wollt oder einfach nur gerne im Chat dabei sein wollt, checkt gerne den Discord oder direkt Twitch aus, damit ihr auch am nächsten Sonntag wieder dabei sein könnt. Wie gewohnt um 12 Uhr geht es los. Und jetzt sehen wir uns wieder beim Magma-Lindwurm. Bis gleich. So, und da ist er auch schon besiegt. Und da gibt es das Magma-Lindwurm-Schuppenschwert und auch nochmal ein Drachenherz. Und so bekommt ihr das Magma-Lindwurm-Schuppenschwert. Und wie gesagt, diese Attacke ist einfach brutal geil. Okay, und dann würde ich sagen, sehen wir uns gerne beim nächsten Mal wieder. Gerne Kommentare, was ihr von dem Schwert haltet. Gerne ein Like auf das Video und den Kanal abonnieren. Nicht vergessen, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Haut rein.